Ich schuze als Kämpfer-Gut-Generes, Mathematik, wollten sie eher ein Prügel. Genau wie dem Weg der Kanne, mich dass es sie nicht interessierte. Doch wenn Magie jedes Mal eine schmierte, denn sie nur kurz überlegen wollte, merkte sie, wie ihr die Tränen rollten, haben die geglaubt, dass sie es so besser kapierte. Später russisch war für sie ein Klacks, bis sie sie einsperrten und sagten Lachs, du musst noch mehr lernen, dabei waren sie selbst nicht die hellsten Laternen. Später russisch war für sie ein Klacks, bis sie sie einsperrten und sagten Lachs, du musst noch mehr lernen, dabei waren sie selbst nicht die hellsten Laternen. Das weiß sie heute, doch damals wurde sie fette Beute Sie wurde still und von andern behandelt wie Müll Auf der flachen Hand wurde ein Hartgummi schlappen, dann konnte er noch beraten Einen Glas lieber starb, damit er nicht auf dem kleinen Krabler zerbrach Bis sie aufhörte zufüllen, sich nur noch zusammen rollte Und ich wusste, was sie auf der Welt sollte Die spreading auf ihrem Körper nahmen zu Die Nachbarn riefen ihm zu, lassen sie das Kind in Ruhm Später russisch war für sie ein Klacks Bis sie sie einsperrten und sagten Lachs Du musst noch mehr lernen Dabei waren sie selbst nicht die hellsten Laternen Das heißt wie heute Doch damals wurde sie fette Beute Sie wurde still und von anderem behandelt wie Müll Aus der flachen Hand oder ein hartkuckischlappen Dann konnte er noch beraten Ein Glasbiberstab, damit er nicht auf den kleinen Körper zerbaut Bis sie aufhörte zufällig nur noch zusammenreute Und ich wusste, was sie auf der Welt sollte Sie fitten auf ihrem Körper nahmen zu Die Nachbarn riefen ihn zu Lassen sie das Kind in Ruhe Lassen sie das Kind in Ruhe